Erfolg bedeutet mehr als eine tolle Idee, hohe Verkaufszahlen und schnelles Geld. Unternehmerisches Handeln braucht ein tragfähiges Grundkonzept. Mitwachsendes Hintergrundwissen, solide Planung und gute Organisation, damit es langfristig auch Gewinn bringt. Ja und am Gewinn lässt sich dann erkennen, wie gut wir waren. Die Unternehmensziele sind das Ergebnis der strategischen Planung, also der Vision des Unternehmens. Sie geben die Richtung und Geschwindigkeit vor, in der sich das Unternehmen bewegen soll. Hier sehen Sie Unternehmens-, Bereichs- und persönliche Ziele. Ordnen Sie bitte die Ziele hier unten dem entsprechenden Bereich zu. Wer legt eigentlich fest, mit welchen Kennzahlen wir arbeiten und wie werden die ermittelt? Kosten und Erlöse kommen ja aus der Buchhaltung, aber was ist mit den anderen Daten? Ziehen Sie bitte die Texte hier rechts an die richtige Position, damit die Rechnung stimmt und klicken Sie auf OK. Und abschließend haben Sie an konkreten Beispielen gesehen, wie Sie bestimmte Kennzahlen berechnen können und welche Informationen Sie dadurch erhalten.